Ohje. Ein großes V. Da waren wir noch Kaffee, da wollten wir gar nicht. Versuch mal hier links die Sachen zu erkunden. Ein Teleporter. Personal Block. I've had to see if it exists the most of our goods happen if it's fair to the wrong hands. Ach da sind wir jetzt. Aber nicht die Reporter aktivieren. Gamesafe. Nein, da unten sind wir. Da oben müssen wir hin. Ach du Schreck. Ähm. Ja. Hier kommen wir noch hoch. Jetzt haben wir den Teleporter. Die WM-Berechnung ist auch nicht raus. Wir müssen versuchen da hochzukommen. Tja. Vielleicht da irgendwo links hoch. Oder wir gehen nach oben. Und versuchen es dann hier runter. Tja. Ähm. Erstmal nach rechts würde ich sagen. Das ist der Teleporter. Das hat jetzt der Reporter. Das wir versuchen dadurch nach oben. Erst nach oben und dann dort aus dem kleinen Ding raus. Ab nach oben würde ich sagen. Das ist der Punkt. Ach du Scheiße. Das war hier der letzte Checkpoint. Das ist jetzt hier der Teil. Und dann hier. Das ist da. Das ist dann auch das Schwierige bei einem Levels. Das da halt nur an Oberflächen umdrehen. Und gut, ein Checkpoint. Noch ein Checkpoint. Nein, nicht schon wieder hier. Ich weiß nicht, ob wir das hier eingehen sollen, aber wir sind jetzt irgendwo anders, oder? Ist nur wieder hier. Nein, 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 nein. Ist nur wieder hier gefangen. Nein, der Checkpoint. Nein, nein, wir sind hier wieder gefangen. Und zwar hier neben dem, da könnten wir runter, da kämen wir runter. Wenn wir es durch die Twood schaffen würden, dann müssen wir wahrscheinlich weiter. Ich fürchte, dass wir das so machen müssen. Vom letzten Teleporter aus. Ich fürchte, dass wir das so machen müssen. Durch die Wahrheit tue ich. Hier gibt es aber einen eleganteren Weg. Wir kommen irgendwie drum herum. Nee, ist nicht rein. Wir wollten es mal ganz oben versuchen. Hier ist ein Checkpoint. Ich weiß nicht, ob wir den schon freigeschaltet haben. Wir haben einen Charakter haben aber schon freigeschaltet. Wir müssen ein Weltraum erkunden. Oh, ein Elefant. Ich habe einen sehr dollen Blick hineingefangen. Ich habe den Elefanten in den Raum gebracht. Aha, das ist sehr schön. Und wir haben einen Konkuteil. Das Video. Konkuteil, dass wir schon ein shiny Ticket gefunden haben. Das Winkert. Und wir haben einen Konkuteil. Das ist ein drittes Shiny Trink jetzt. Das war jetzt so eine Art Secrets. Das wir freigeschaltet haben. Den Elefantum Raum. Ich verstehe. Dann müssen wir jetzt zur Basis mal zurückbinden. Die Basis müsste ganz weit oben sein. Da warten wir sowieso gerade hin. Vielleicht, dass wir irgendwann dort bei dem einen Rätsel durch müssen. Ich bin gerade schon verzweifelt. Da kommen wir wahrscheinlich nicht drum herum. Oh, ein Teleporter. Oh, ein Teleporter. Es sind wahrscheinlich hier. Okay. Das ist der Kasse. 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 Der Kasse weiter oben. Der Kasse. Ja. Der Kasse. Der Kasse. Der Kasse. Der Teleporter könnte noch vielleicht da rüber. Da und drüben weiter machen. Weil hier kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Das ist aus dem gelben Bereich. Ich fürchte, da müssen wir hin. Aber es ist auch überall zu. Das heißt, wir müssen da früher oder später rein. Aber jetzt können wir hier vielleicht erst einmal hier hin. Das ist von mir aus noch ein bisschen. Das soll vielleicht hier wo bekommen. Das ist von mir aus noch ein bisschen. Das ist dem Bereich. Dem Bereich freischalten. Gerade eben haben wir hier schon ein bisschen was versuchen. Das ist bekannt gegen den hier. Ah, hier haben wir unsere dritte Teilen von mir gemacht. Sehr schön. Warte, ich werde nochmal gerade beim... Hier vielleicht schon. So, nach rechts unten. Und dann durch das Level rund. Nein, nach oben. Ich würde mal sagen, ich versuch's mal oben. Oder gleich oben rechts. Da ist immer rechts raus. Ich komme hier auch nochmal zum Teleporter. Irgendwo müssen die Rissen hinkriegen. Leute verstecken es da. Oh, ein O. Irgendwo halten die sich auf. Da sind wir vorhin anders gut. Durch. Das ist immer durch. Das ist immer durch. Okay, ich glaube den hatten wir schon. Ich glaube den hatten wir schon. Ich habe das jetzt am Gefühl, den hatten wir schon. Wenn wir jetzt nach links müssen laufen werden, dann könnten wir den Raum links dort bleiben. Nach links jetzt hier. Nach links jetzt hier. Ich glaube da waren wir noch nicht. Wir waren links hier einfach. Ja. Ich denke da auch nicht schlecht. Das kommt mir aber bekannt vor. Ich weiß nicht, fahren wir hier schon mal. Ich habe vier erkunden heute. Im Stream. Das ist so ein Wachstum. Ich bin wohl doch jetzt hier gerade runter. Ich gehe gerade aus nach links. Gibt es doch was? Gibt es einen Teleporter? Ein neuer oder ein alter? Ein alter. Ah, da drüben sind wir jetzt. Wir waren auch eben gerade noch. Wir waren auch eben gerade noch hier. Jetzt sind wir hier angekommen. Wir gehen in das. Wie funktioniert denn das? Vielleicht dort sind blank. Ich kann es leider jetzt nicht mehr mit der Tastatur mit dem auszeigen. Gut. Ansonsten würde ich es da versuchen. Um irgendwo rauszukommen. Wir müssen hier noch ein bisschen. Ich versuche es oben. Ja, ich versuche es hier erstmal. Oben beim blauen Bereich. Ich muss es los machen. Aber ich versuche es jetzt erstmal beim Leben. Das ist schon ein bekannter Raum. Aber vielleicht kommen wir trotzdem noch mal irgendwie weiter. Bis wir trotzdem noch mal Neuigkeiten. Am Ende noch irgendwo anders raus oder so. Das ist jetzt am Ende noch mal ein bekannter Bereich. Das bin ich aber. Das bin ich aber. Das bin ich aber. Der Geist, den kann ich doch. Das kommt mir noch sehr bekannt vor. Das kommt mir noch sehr bekannt vor. Das kommt mir noch sehr bekannt vor. Das muss sogar Part 1 gewesen sein. Das muss sogar Part 1 gewesen sein. Das erste Gebiet, das war. Weiß da. Vielleicht kam er von der anderen Seite. So. Aber wir kamen von der anderen Seite. In die Ende kann ich mich erinnern. Ich werde erstmal runter fliegen müssen. So. 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 Ja. So. Mhm. Nowak. So, das haben wir schon mal geschafft. Hier ist leider kein Checkpoint... Verdammt! Lass uns noch mal nach links springen. Man kann sich ja in Bedürfnis währen, man fällt bewegen. Das ist die einzige Chance daraus zu maligieren. Am Abspringen kann man halt nicht. Abspringen kann man halt nur von Boden. Logisch, oder? Verdammt! Der Schalke hat auch schon mal geschafft. Das ist doch nicht... So schwöre ich das nicht. Ich schwöre, so schwöre ich das nicht. Ich schwöre, so schwöre ich das nicht. Ich schwöre... Ich schwöre! Untertitelung des ZDF, 2020